Sie träumte schon als Kind davon, auf der Bühne zu stehen. Nicht auf irgendeiner auf der des Deutschen Theaters in Berlin. Und Lynn Reuße hat es geschafft. Seit 2016 gehört sie zum festen Ensemble. Als die Rote Zora gab sie ihr Kinodebüt, das war 2008. Sie spielt genauso frech und wild wie er, Jimmy Blue Ochsenknecht. Der startete mit den wilden Kerlen durch. Als Promikind wuchs er im Rampenlicht auf, stahl bald dem berühmten Vater die Show auf dem roten Teppich. Und auch Lynn Reuße stammt aus einer Schauspielerfamilie. Schon ihr Vater und Großvater standen auf der Bühne. Nun verkörpern sie Siegfrieds Erben bei den Nibelungen-Festspielen in Worms. Lynn Reuße und Jimmy Blue Ochsenknecht. Ich freue mich sehr, dass Lynn Reuße und Jimmy Blue Ochsenknecht heute meine Gäste sind. Herzlich willkommen. Sie spielen jetzt in Worms auf der Bühne Geschwister. Sie wohnen beide in Berlin, aber sie kannten sich vorher gar nicht. Wie läuft das jetzt auf der Bühne mit Ihnen? Wir kannten uns vorher wirklich nicht. Aber bisher läuft es sehr gut. Aber auch mit dem ganzen Ensemble. Wir verstehen uns wirklich sehr gut. Es bringt wirklich sehr viel Spaß. Wir freuen uns beide sehr darauf, weiterhin mitwirken zu dürfen. Ja, absolut. Wie weit sind Sie mit den Proben? Wir proben seit zwei Wochen, glaube ich, ungefähr. Und wir sind langsam einmal durch Stück durch. Und werden dann wieder von Anfang starten. Und dann macht man so Durchläufe. Das kennen Sie ja. Sie sind ja ein Kind des Theaters. Wie groß ist für Sie jetzt die Herausforderung hier in Worms? Also es ist wirklich nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil die Bühne wesentlich größer ist. Und wenn wir dann auch noch rausgehen, wir sind noch auf der Probebühne, ich glaube, das wird für uns alle ein ganz neues Erlebnis. Weil man dann ja auch mit Mikroport spielt. Und das ist schon nochmal eine andere Nummer. Da muss man nicht mehr so schreien dann. Muss man nicht mehr schreien, aber sehr groß spielen. Also es ist ja ein riesiger Raum. Aber Jimmy Blue, für Sie vielleicht die doppelte Herausforderung? Weil bei Ihnen ist es tatsächlich so, Sie stehen jetzt das erste Mal auf der großen Bühne. Ein bisschen Bammel davor? Ja, es ist für mich tatsächlich was komplett Neues, auf der Bühne zu stehen. Und dann auch noch vor so vielen Leuten. Ich glaube, 1700, 1800 Leute gucken, glaube ich, live zu. Und da bin ich schon etwas nervös und aufgeregt. Aber ich habe wirklich sehr tolle Kollegen, wo ich mir das alles ein bisschen abschauen kann. Oder wenn ich Fragen habe, kann ich die stellen und bekomme auch sofort Antworten. Und es macht echt sehr viel Spaß auf jeden Fall. Lynn, was würden Sie denn als alter Hase auf der Theaterbühne ihm raten? Ich bin kein alter Hase. Ich stehe auch gerade wieder vor so Grundproblemen, die man dann hat. Aber ich glaube, es ist wirklich die Zeit. Wir werden das regeln mit den Wochen, die jetzt kommen. Was ist so ein Grundproblem für eine Theaterschauspielerin? Ich finde es immer wieder schwer, mit einem neuen Text umzugehen. Nicht, weil es andere Worte sind, sondern einfach, weil der ganz anders klingt, weil er anders aufgebaut ist. Und das ist immer wieder ein riesiges Problem auch. Ich brauche da immer sehr lange, um reinzukommen. Aber man kriegt auch wieder viel zurück. Also viel Material zum Lernen. Das ist ja beim Theater überhaupt, man muss viel Stoff auf einmal lernen, viel Text auf einmal lernen. Das ist anders als beim Fernsehen. Da ist das mehr so häppchenweise. Ja, ich habe zum Glück nicht ganz so viel Text. Von daher ist es für mich relativ einfach, die Texte zu lernen. Andere Rollen oder andere Schauspieler in dem Stück haben sehr, sehr viel Text. Zum Beispiel Herr Prochnow mit der Rolle Etzel hat unfassbar viel Text und kann auch alles schon eigentlich perfekt auswendig. Das ist wirklich unfassbar, wie der das macht. Für mich ist so ein bisschen das Problem, bei der Schauspielerei spielt man ja alles eher minimal, weil die Kamera ja auch alles einfängt. Und beim Theater muss man alles ein bisschen größer spielen, lauter sprechen. Und das ist für mich noch so ein bisschen die Herausforderung, irgendwie ein bisschen umzuswitchen, alles etwas größer zu spielen als bei der Schauspielerei. Jetzt haben Sie gerade so respektvoll von Jürgen Prochnow gesprochen und Sie sagten Herr Prochnow, aber hinter der Bühne seid ja alle per Du und das ist eher schon lässig, oder? Ja, schon. Natürlich, also da sind ganz entspannt alle miteinander. Sie spielen ja Gunther, den Sohn Siegfrieds. Was ist das für einer? Ja, das ist der Prinz. Eigentlich der rechtliche Erbe für den Schatz. Aber der hat ein, zwei Problemen und zwar hat er ein sehr großes Selbstbewusstsein und möchte sofort irgendwie das ganze Erbe für sich haben. Ist sehr vorlaut, hat nicht wirklich Respekt vor anderen Leuten und stellt sich da ein bisschen quer und das wird auch im Nachhinein sein Problem sein, ja. Die Svanhil, die Sie verkörpern, die Tochter, die ist eher eine kämpferische, ne? Ja, also ich finde es interessant. Ich glaube, sie hat auch ein sehr großes Selbstbewusstsein und hält viel auf sich. Aber ich glaube, im Gegensatz zum Gunther ist sie etwas strategischer und cleverer und kann das gut einsetzen. Und das bringt sie auch ein bisschen weiter als den Bruder. Wie ist das mit dem Selbstbewusstsein bei Ihnen persönlich? Man denkt immer so, junge Menschen wie Sie, die auf der Bühne stehen, die es ja auch gewohnt sind, bekannt zu sein, da muss das Selbstbewusstsein riesig sein. Also ich kann nur von mir sprechen. Ich finde, auf einer Probe zu sein, das ist immer wieder mit ganz großen Zweifeln behaftet. Und ich fange eigentlich immer wieder bei null an. Und vor dem Problem stehe ich eigentlich immer wieder. Also Selbstbewusstsein ist so eine Sache. Bei Ihnen ist ja nochmal doppelt Vater sehr bekannt. Wahrscheinlich werden Sie ständig auf den Vater angesprochen. Nervt das? Also es nervt nicht. Ich bin damit aufgewachsen, auf den Vater angesprochen zu werden. Und das ist für mich einfach mein normaler Vater. Ich kenne das nicht anders. Und von daher ist das für mich relativ normal. Und das mit dem Selbstbewusstsein, das ist auch relativ ausgewogen. Ja, klar, für neue Projekte muss ich auch bei null anfangen. Und das ist nicht so, dass Sie irgendwie ans Set kommen oder jetzt zum Beispiel ins Theater kommen und sagen, ich kann das schon alles und ich zeige euch mal, wie das geht. Das funktioniert ja auch so gar nicht. Also da muss ich genauso wie Sie hier bei null anfangen. Jetzt beide von Berlin nach Worms gewechselt für viele Wochen. Wie ist das? Ich finde es super. Ich finde es auch richtig schön. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Es ist sehr viel Grün drumherum, sehr viele Seen. Ich habe meinen Hund jetzt auch dabei seit dieser Woche und die fühlt sich natürlich pudelwohl. Ja, super. Dann viel Freude weiterhin in Worms. Viel Erfolg. Am 20. Juli ist Premiere. Bis 5.8. laufen die Festspiele. Und dann wünsche ich Ihnen einfach eine gute Zeit hier bei uns. Herzlichen Dank für den Besuch. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Vielen Dank.